Okay, gut, dann können wir da nichts machen, ansonsten das Bett wird sie ja auch nicht aufräumen. Oh, eine Notiz! Ja, das ist ja meistens so und wir können ja mal Hacker Dave anrufen. Den Computer wird sie ja noch nicht benutzen können. Eileen hat es aus der Schule gekauft. Sie nimmt ein paar Computerklassen. Nehmen wir das einfach mal und rufen mal den guten Dave an. Ja? Hey, ich bin Kathi. Eileen hat gesagt, zu callen Sie über eine Software. Eileen, wer? Eileen. Eileen. Red-Hair-Glässe sprechen so schnell, dass ihr Gums achten. Oh, richtig. Ich dachte, ihr Name war Erl. Ich dachte, es war ein weirrster Name für eine Frau. Du musst eine Hörungsverordnung haben. Du musst eine Hörungsverordnung haben. Ich mag ihn. Wow. Just wow. So, uh, die Software? Oh, ja. Nein. Nein. Ich kann nicht. Nicht wirklich. Ich wusste, sie war voll von Scheiße. Nein. Ich meine, sicher. Ich war schon, ich konnte, die Software zu bekommen. Aber nicht mehr. Es gab dieses Verständnis und meine Netzwerke Privilege wurden revokiert. Ich und Clyde, der Campus-IT-Guy. Wir sehen nicht wirklich Augen zu Augen. Wir haben zusammen mit Bocci gespielt. Und sagen wir mal, er ist nur ein Stolz oder ein Verlager. Nicht einfach mit Clyde. Die erste nehme ich, nehme ich. Kannst du nicht einfach alles mit dem Mann aufbauen? Keine Ahnung. Er ist so ein Stolz. Er denkt sogar, TNG ist besser als die originalen Serie. Er denkt, das Was ist besser als Was? Ich weiß, oder? Kannst du diesen Mann aufbauen? Die Klassik-Serie hatte nur den Titel Star Trek. Und die danach folgende Sendung, die dann im Jahre, ich glaube, 1989 war der erste Pilotfilm. Also das hier später 1995. Da war die gerade in der siebten Staffel, wenn ich mich nicht irre. Also in der letzten Staffel dann. Das war dann Star Trek The Next Generation. TNG abgekürzt. Und da gab es den Streit. Welche Serie war besser? Die alte Serie mit Captain Kirk, die eben aus dem Jahre 66 stammt. Oder halt die neue dann mit Captain Picard und seiner Co., die auch eben moderner war, die zu dieser Zeit da noch produziert wurde. Also deswegen, da streiten sie sich heute immer noch. Aber heute gibt es ja noch mehr Star Trek-Serien. Dann gab es ja noch Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, Enterprise. Die hatte dann eigentlich nichts mehr mit Star Trek in dem Sinne zu tun. Die wurde später allerdings umbenannt in Star Trek Enterprise, damit keine Verwirrung vorkam. Das war die Vorgeschichte von allem. Da gab es dann den Captain Archer, der das Schiff kommandierte. Ja und dann gab es den Reboot der ganzen Sache in Form der neuen Kinofilme mit Chris Pine als Hauptdarsteller und so weiter. Das sind dann hier eigentlich die Filme 11 und 12, glaube ich, waren es. Und die heißen ja noch Star Trek und jetzt eben Star Trek Into the Darkness. Und demnächst kommt noch ein neuer. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der heißen soll. Aber da kommt in diesem Jahr zumindest noch ein Star Trek Film. Und das ist praktisch der Neustart, der Reboot. Und wenn ich mich jetzt nicht irre ab nächstes Jahr, dann kommt eine neue Serie. Also gut, aber ich schweife komplett ab. Wie gesagt, mein persönliches Empfinden war Star Trek Next Generation. Top-Sendung, wirklich Top-Serie. Da bin ich Fan von, muss ich sagen. Hat mir immer mehr gefallen als die Klassik-Serie. Aber jedem das Seine. Ja, ich kann es verstehen. Die Original-Serie ist auch sehr gut. Allerdings eben aus heutiger Sicht ein wenig älter. Ist ja auch kein Wunder. Kommt eben aus einem Jahrgang, der schon weit, weit in der Vergangenheit liegt. So, ähm, ich frag mal, kannst du dich nicht einfach einhacken? Kannst du nicht einfach deinen Weg zurück in? Ist das nicht was du machst? Du blockst das Internet-Port in meinem Raum. Ich habe auch nicht physisch accesses. Nichts, wenn du dich nicht verlassenst? Use ein Computer in der Bibliothek oder so. Nichts, sie sind verbunden mit der Netzwerke? Nein, es gibt Cameras in da. Clyde ist nur für mich, um mich zu machen. So er kann ich mich expel. Du nimmst dich ein Hacker? Just use dein Gehirn, für Christ's sake. Lass uns das herausfinden. Wow, du bist so sass, Nancy Drew. Okay, nur eine Admin-Achount kann verändern die Access-Port. Der einzige Weg, um theoretisch zu schrauben, wäre es, wenn Clyde logge auf eine Maschine, durch die wir nicht festhalten haben. Und... Oh, ich habe eine Idee. Ich werde das nicht lieben. Na gut, was du könntest, ist, dass du intenzulierst crash deinen PC. Das klingt besonders dumm. Oh man... Oh man... Naja, gut. Das mit dem Absturz ist ja ganz einfach. Oh, der ist aber schnell. Was? Was? Ich dachte, da kommt einer vorbei. Ja. So kann man das auch machen. Man schmeißt einen Umschlag durch die Tür. Oh, der ist aber schnell. Dann gucken wir doch mal in den mysteriösen Umschlag. Da war ein Floppy-Disc in there with a note tape to the back. What? It's labeled boot. Gut. Starteskette. 1. Boot your computer using the blue floppy. 2. 2. Use the corrupt MBR utility to crash the file system of the computer. Take the floppy out and reboot. 3. Call Clyde at 555-8181, tell him your computer crashed and give him the error code on the screen. He'll come over and have a look. It shouldn't take too long for him to fix. 4. Now comes the crucial part. You need to somehow make him log on with his admin account. 5. Reboot and retrieve the admin credentials using the blue floppy. 6. Reboot and log on using Clyde's admin account. 7. Look for some kind of tool to remotely open my ethernet port. Dorm B, room 8. 8. 11. 11. 12. 12. 12. 18. 20. 20. 18. 21. 22. 21. 21. Wechsel, überprüftes Kette gefunden, Phoenix iOS wird gestartet. Ah, Festplatten, MBA beschädigen, Atmos Passwort extrahieren, beenden und runterfahren. MBA beschädigen. Fortfahren dieser Computer kann nicht mehr von dieser Partition aus gestartet werden. Ja, jetzt ist der Master Boot Rekord beschädigt. So, beenden und runterfahren. Okay, Zeit für ein paar Expertenhilfe. Genau, denn wenn ich jetzt den Computer starte, ich mache es einfach mal, müsste kommen. Memory Test, ja, Memory Test ist gut. Läuft super. Wechselmeben wird überprüft. Nichts zu gefunden, keine Festplatte. Festplatten-Bootfehler. Es geht nicht weiter. Okay, na dann. Es wird Zeit, den Computer-Experten anzurufen. Clyde, ich brauche mal Hilfe. Clyde. Dann gehe ich schon ran. IT, this is Clyde speaking. How can I help you? Alles kaputt. Hi, ich brauche, Sie kommen und meinen Computer fixen. Was scheint das Problem? Es wird nicht starten. Es ist ein Systemverfalt mit einem Error-Code auf der Schreie. Wahrscheinlich ein Hard-Drive-Falt. Welcher Raum sind Sie in? Dorm A, Raum 5. Ich werde da in ein paar Minuten. Hey, Clyde von IT. Hi, komm her. Oh, mein, oh mein, jetzt, wie hat das passiert? Ich habe keine Ahnung. Es war so, als ich es heute Morgen angefangen habe. Hm, wir schauen uns mal. So, jetzt muss er sich irgendwie mit seinem Account anmelden. Das ist perfekt. Können Sie, können Sie kurz auf die Logiteiten anlegen, um sicher zu sein, dass es funktioniert? Du gehst, ich werde warten. Ähm, äh, nee, ich nicht, du, du, du sollst. Ähm, ich. Ähm. 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 Hm, 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 hm. Kann ich da? Ja. Ähm. Ich versuche mal, mit ihm zu reden. Ähm, ja, das funktioniert. Danke. Kein Problem. Lass mich wissen, ob ihr mehr Probleme habt. Verdammt. Ich hätte mich anmelden müssen mit irgendwas, was es nicht gibt. Ich muss mit einem Weg kommen, um ihn zu logisieren. Dann machen wir es nochmal. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt wirklich... Nein, 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 nicht lesen. Ich wollte sie benutzen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich normal machen muss. So, also ich kann das hier gerade nicht überspringen. Ich dachte, man könnte es überspringen. Aber gut, das müssen wir kurz uns nochmal ansehen. Ähm, dann muss ich sozusagen mich viermal falsch anmelden. So. Ja, da kann dann nicht mehr gestartet werden. Soweit ist okay. Nochmal anmelden brauche ich mich ja nicht. Ich mache das jetzt ganz einfach. Das machen wir ganz easy. Wir rufen ihn nochmal an. Ach, das ist ja cool, dass das übersprungen wird. Könntest du, könntest du kurz zu logisieren, einfach... Genau. So, ich soll zuerst... Ähm, also... Ich mache das jetzt sehr kreativ. Ich bin A mit dem Passwort A. Was? Äh... Ich habe keine Ahnung. Er schreibt mir ja ungültiger Benutzername. Ähm. Das ist ja doof. Das ist ja ganz blöd. Wie macht man denn das jetzt? Ich brauche erst mal einen Benutzernamen. Ah, ja. Das funktioniert. Danke. Keine Probleme. Lass mich wissen, ob ihr mehr Probleme habt. Oder wie. Scheiße. Ich muss mir was ausdenken, damit er sich anmeldet. Eileen Mildred Summers. Jetzt müsste man wissen, wie hier die... ...die die Sachen aufgebaut sind von den, 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 den Benutzer-Accounts. Ähm. Ich versuche es mal nochmal, indem ich ihn einfach mal so anrufe. Da gab es ja noch ein paar Auswahlgesprächsauswahlmöglichkeiten. Vielleicht gibt es da irgendwas... ...irgendwas, was mir weiterhelfen könnte. Zum Beispiel Benutzername. Ich, äh, kind of forgot my Username. Habe ich mir fast gedacht. So, und streiten mit Dave? So, ich höre, dass du und Dave hatten ein bisschen Kampf. Das ist wirklich gar nichts von deinem Business. Schade. Gut, ähm, jetzt müssen wir doch nochmal gucken, wie Eileen heißt. Also, das E kriege ich schon mal hin, das schreibe ich mir schon mal auf. Das wissen wir schon mal. Ähm, wie ist sie? Eileen's girly suitcase. There's a sticker on it with her full name. Eileen Mildred Summers. E. Summers müsste es also sein. Rein theoretisch. Gucken wir mal, ob's stimmt. Ähm. Achso. Bevor ich das mache, steht hier... Feel free to use my computer while I'm away. Äh, der... Das Passwort. Engelliebe. If you call my friend Dave at 555-2492, he can set you up with some software. Super psyched. Bla, bla. Ja. Die Frage, ist die Frage, kommen wir da mit rein? So blöd, wie es klingt. E. Summers. Ups, hatte ich mich vertippt. Summers. So. Und Passwort. Ich glaube, ich habe mich da auch vertippt. Ne, doch nicht. Login erfolgreich. Es klappt. Das ist gut. Leer. Das Kettenlaufwerk leer. Scanner ist leer. Mhm. Also wir würden rein theoretisch reinkommen. Ähm, bevor ich jetzt den Computer kaputt mache, kann ich vielleicht mal das Bild scannen. Ist nur mal so eine blöde Idee. So, Computer verwenden. Muss ich mich nochmal anmelden? Nein, er hat es gespeichert, das ist gut. Gucken wir mal. Scanner. So, das ist helles Bild. Das ist informativ. Kann ich das? Schade. Okay. Gut. Ähm. Ich habe es schon mal gescannt. Also das ist schon mal das Erste. Ähm. So, dann kann ich das Bild wieder nehmen. Dann machen wir jetzt das gleiche Spiel nochmal. Denn ich habe vor, praktisch den Benutzernamen zwar zu verwenden, aber ein falsches Passwort einzugeben, um dann zu erreichen, dass das System gesperrt wird, damit er sich anmeldet, um meinen Account wieder freizuschalten. Vielleicht klappt das ja. Ne? Es ist nur so eine blöde Idee. Vielleicht geht das. Und vielleicht kommen wir so dann an... Achso, ich muss noch auf Ben noch da runterfahren klicken. An, äh, sein Passwort. Ich hoffe es. Es ist ein Test. So. Und presto. Gut als neu. Super. Das ist perfekt. Können Sie, können Sie kurz auf den Weg zu logieren, um sicherzustellen, dass es funktioniert wird? Na ja, mal gucken. Ich will warten. Genau. So. Dann schauen wir mal. So. Und dann machen wir einfach, wir nehmen einfach ein falsches Benutzerkennwort. Drei Versuche verbleiben. Zwei. Eins. Null. Kontaktieren Sie bitte. Den Mann, nehmen ihn. Ach. Schau, was ich gemacht habe. Für ein Schrei. Auslaut. Lass mich versuchen, mit meinem Account zu logieren. Super. Geht auch. Okay, alles scheint sich in Ordnung zu sein. Ich habe deine Account zu logieren. Bitte, versuche nicht, was anderes zu verbrechen. Oh, ich versuche es. Ich werde doch nicht nochmal was kaputt machen. Das war auch ganz aus Versehen. Genau. So. Phase 1 abgeschlossen. Jetzt muss ich nochmal auf die Diskette kurz gucken. Ähm. Anleitung. So. Das haben wir gemacht. Haben wir. Hat sich eingeloggt. Jetzt soll ich... Gut. Okay. Das kriegen wir hin. Jetzt müssen wir nämlich wieder die Diskette... Ja, die Diskette verwenden. So. Diskette verwenden. Dann brauche ich mal wieder Stift. Wahrscheinlich. Denn da gab es ja jetzt Abrufen des Accounts. Wird erkannt. Diskette gefunden. iOS wird gestartet. Oder OS wird gestartet. So. Administrator. Sehr einfallsreich. Admin und Netzwerk. Sehr einfallsreich. Kinder. Das glaube ich ja nicht. Okay. So. Na dann werden wir mal. Wenn die mal benutzen. Dann können wir uns als Admin im Netzwerk anmelden. So vergibt man gerne Zugangspasswörter. Willkommen, Clyde. Geht doch. So. Netzwerk. Ach du meine Güte. Ach so. Ah ja. A. Ist überall an. Okay. B. Ist. So. Ist jetzt auch an. Okay. Dann müsste jetzt der gute wieder Internetzugang haben. Oder beziehungsweise Netzwerkzugang. Ich rufe ihn mal an. Als ob clasee. rooted.